Im Herbst wird das erste große Update für Windows 11 erscheinen. Und ich zeig euch jetzt schon mal, auf welche neuen Funktionen wir uns freuen können. Los geht's! Windows 11 ist vor über einem halben Jahr erschienen, aber seien wir mal ehrlich, der erste Hype ist ziemlich schnell abgeflaut. Und das ist doch eigentlich kein Wunder, denn einige der groß angekündigten Funktionen, wie jetzt zum Beispiel die Möglichkeit Android-Apps zu installieren, sind bis heute nicht enthalten. Und in einigen Details ist die aktuelle Windows-11-Version sogar ein bisschen schlechter als Windows 10. Aber naja, zumindest arbeitet Microsoft ja gerade fleißig am ersten großen Funktions-Update, das vieles verbessern soll. Das ist für den Herbst geplant und soll dann wohl 22H2 heißen. In der aktuellen Insider-Preview 22598, also einer Beta-Version, kann man schon ein paar der Verbesserungen erkennen. Zum Beispiel ist es jetzt möglich, eine Datei auf ein minimiertes Fenster in der Task-Leiste zu ziehen, das Fenster dadurch zu maximieren und die Datei darin zu öffnen. Und ihr könnt eine Programmdatei oder eine Verknüpfung durch Drag-and-Drop der Task-Leiste hinzufügen. Wenn ihr jetzt denkt, hä? Wieso? Das geht doch schon immer. Ja, dann kann ich nur sagen, richtig! Aber nur in Windows 10. In der aktuellen Version von Windows 11 ist beides nicht möglich. Hier der Beweis. Ja, eigentlich kaum zu glauben. Deswegen würde ich sagen, Applaus für Microsoft, dass sie diese beiden Features jetzt im zweiten Anlauf und ein Jahr nach Erscheinen auch in Windows 11 integrieren werden. Na gut, wir wollen jetzt aber nicht zu himmisch sein und schauen uns deswegen jetzt mal eine wirklich nützliche neue Funktion an. Und zwar Tabs, wie ihr sie aus dem Internetbrowser kennt, für den Explorer, also den Dateimanager. Das heißt, ihr könnt verschiedene Ordner innerhalb eines Explorer-Fensters öffnen. Dateien per Drag-and-Drop hin- und her zu kopieren, das geht leider noch nicht, wäre ja auch zu schön, oder? Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das noch kommt. Ansonsten wären die Tabs ja auch ein bisschen sinnfrei. In der gerade aktuellen Preview 22598 ist die Tabs-Funktion allerdings komischerweise wieder verschwunden. Im Build 22572 war sie noch drin, wenn auch nur über einen Trick aktivierbar. Tja, hoffen wir mal nicht, dass Microsoft die Explorer-Tabs direkt wieder beerdigt hat, sondern dass sie nur wegen kleinerer Probleme oder anderer Gründe vorübergehend wieder draußen sind. Bevor wir zur nächsten Neuerung im ersten großen Windows-11-Update kommen, hier noch der obligatorische Hinweis, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keines unserer Videos zu Windows- und PC-Hardware mehr verpasst. Eine eher kleine und feine Optimierung am Explorer ist die neue Startseite, die ersetzt den bisherigen Schnellzugriff, bzw. der Schnellzugriff ist jetzt Teil der Startseite. Die eigentliche Verbesserung liegt in einem kleinen Detail, und zwar hier. Der Bereich Favoriten hier, der ist nämlich neu. Da könnt ihr Dateien, die ihr häufig braucht, dauerhaft anpinnen und dann schnell darauf zugreifen. Kommen wir zurück zum Startmenü, denn auch da gibt's noch was kleines Feines. Ich zeig euch das mal eben, und dann werdet ihr wahrscheinlich sagen, ah ja, das kenne ich doch von meinem Smartphone. Richtig. Also auch unter Windows wird's dann jetzt bald möglich sein, Apps im Startmenü in Ordnung zu sortieren. Aber das ist ja noch längst nicht alles, im Startmenü wird sich noch einiges mehr tun. Hier zum Beispiel. Einmal rechtsklicken und schon könnt ihr die neuen Start-Einstellungen aufrufen. Da könnt ihr dann auswählen, ob das Menü lieber mehr App-Icons und dafür weniger Vorschläge bzw. zuletzt geöffnete Dateien enthalten soll, oder ob ihr es lieber umgekehrt mögt, oder wie bisher, halb-halb. Sooo, jetzt aber endlich ne Neuerung für Power-User, und zwar im Task-Manager. Den hat Microsoft jetzt im Design und von den Medial-Elementen her an das sonstige Erscheinungsbild von Windows 11 angepasst. Das heißt, zwischen den einzelnen Kategorien schaltet ihr jetzt über die seitlichen Icons hier um und nicht mehr über horizontale Tabs. Hier zum Vergleich nochmal der bisherige Task-Manager. Okay, zugegeben, den Power-Usern wird das herzlich egal sein, aber es gibt hier auch noch eine funktionale Änderung. Und zwar könnt ihr für Hintergrundprozesse, die ihr für unwichtig haltet, den neuen Effizienz-Modus aktivieren. Microsoft schreibt dazu, der Effizienz-Modus verringert die Prozess-Priorität und verbessert die Energieeffizienz, kann aber zu Instabilitäten bei bestimmten Prozessen führen. Naja, das soll dann wohl heißen, wenn's stabil läuft, super, ansonsten Pech gehabt, aber einen Versuch ist es ja wert. Wobei sich der Effizienz-Modus sowieso nur bei manchen Prozessen aktivieren lässt und bei anderen komischerweise nicht. Kommen wir zurück zum Fenster-Manager. Da hatte Microsoft in Windows 11 hier die Snap-Groups eingeführt. Die ließen sich bisher aber nur per Windows-Taste und Z aktivieren. Oder indem ihr den Mauszeiger auf den Maximieren-Button eines Fensters haltet und dann die gewünschte Fenster-Anordnung für die Gruppe auswählt. Im Herbst-Update könnt ihr alternativ ein Fenster auf diese obere kleine Leiste ziehen, die beim Verschieben erscheint, und bei weiterhin gedrückter Maustaste das Layout auswählen. Um alle Fenster einer Gruppe zu minimieren, gibt's aber leider weiterhin kein Tastaturkürzel und auch keinen Button. Ihr müsst also wie gewohnt den Mauszeiger auf ein Programm-Icon in der Task-Leiste halten, dann mit der rechten Maustaste auf die Gruppe klicken und dann auf Gruppe minimieren. So, und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, alles ganz toll, aber was ist denn jetzt mit der Unterstützung von Android-Apps? Tja, da gibt's bis jetzt leider nur einen sehr eingeschränkten Testlauf und bei dem lässt sich auch nur eine sehr kleine Auswahl an Apps installieren. Und momentan auch nur für Nutzer in den USA. Tja, dann müssen wir uns wohl überraschen lassen, ob Microsoft die Android-Emulationen bis zum Herbst-Update fertig bekommt. Ja, und überraschenderweise ist auch dieses Video jetzt zu Ende, denn viel mehr spannende Neuerungen gibt's bisher nicht. Vielleicht kommt bis zum Herbst ja noch was. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und freue mich über ein Like und ein Abo von euch. Also, bis bald!